hallo ich bin es die sandra fenzel vom pferde insider.com heute aus dem schönen park hier in unterhaching und ich möchte euch heute mal einen kleinen aufruf machen und zwar würde ich mich total freuen wir bereiten gerade ein intensivseminar bodenarbeit vor und würde dazu gerne einfach eure kommentare und eure anregungen wissen was interessiert euch besonders zum thema bodenarbeit aber eben auch arbeit an der hand also arbeit auf trense gymnastisches longieren vielleicht aber auch freiarbeit kappzaumtraining vielleicht auch knotenhalftertraining welche ausrüstung ist wichtig worauf muss man besonders achten vielleicht auch gymnastische seiten gänge oder wie bringe ich meinem pferd freies stehen bei ich würde mich einfach ganz stark freuen wenn ihr mir einfach infos gibt was ist interessant für euch welche themen würden euch besonders ansprechen weil wir einfach finden gutes reiten beginnt vom boden aus und ja deshalb möchten wir dazu ganz ganz viele tolle neue videos erstellen die natürlich euch auch interessieren als kleinen dank für alle die kommentieren haben wir uns ein kleines gewinnspiel überlegt zu gewinnen gibt es unter allen kommentaren insgesamt zwei von diesen coolen buff bändern die kann man auch total vielseitig also als haarbänder als tücher als so piraten kopftuch ja wie auch immer verwenden ich finde die unheimlich praktisch weil man einfach seine haare aus dem gesicht hat auch beim reiten wenn es windig ist oder auch eben wenn ich hufe rasple oder so dass man nicht immer die haare ins gesicht hängen ich freue mich auf ganz ganz viele kommentare bis bald eure sandra ja 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 Vielen Dank.